KI oder künstliche Intelligenz ist ja ein Riesenthema, was gerade viele Unternehmensinhaber umtreibt. Aber manches Mal sind auch die Hürden und der Einstieg ein bisschen schwierig. Insbesondere, wenn ich jetzt ein klassisches mittelständisches Unternehmen führe, zum Beispiel eine Schreinerei oder eine Glaserei oder eine Dachdeckerei. Wie kann ich da KI in meinem Unternehmen systematisch nutzen? Und wie schaffe ich da den Einstieg und welche Arten von Hilfestellung gibt es denn dafür? Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich einen Experten vor die Kamera und vor das Mikrofon bekommen, freuen sich mit mir auf Sven Schneggelberger und eine neue Folge von Schröder fragt nach. Grüß dich Sven, also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns über das Thema KI was erklärst und zeigen kannst. Und vor allem geht es um das große Thema, wie wende ich KI sinnvoll im Unternehmen an? Magst du dich vielleicht all denjenigen, die zuschauen und dich noch nicht so genau kennen, mal kurz vorstellen? Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung, hier bei dem Podcast teilnehmen zu können. Ich habe in der Vergangenheit immer Videopodcasts von dir gesehen und genossen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über die Einladung. Ja, wer bin ich? Sven Schneggelberger. Ich bin jetzt seit 20 Jahren als Managementberater, Trainer im Umfeld von Prozessmanagement und Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung unterwegs. Habe mit meinen Partnern vor 20 Jahren die BPMO gegründet. Habe mit dem BPM-Club eine Community von mittlerweile dreieinhalbtausend Teilnehmern aufgebaut. Und beschäftige mich seit, jetzt würde ich es mal sagen, anderthalb Jahren sehr intensiv mit dem Thema KI. Und bin dazu auch noch in ein weiteres Unternehmen eingestiegen, in die Unternehmen mit Zukunft GmbH, wo ich mich mit meinem Partner Robert Vogel ausschließlich um das Thema sinnvoller Einsatz von KI, Entwicklung von KI-Strategien, Entwicklung von Experten-KIs und mit dem Thema Automatisierung durch und mit KI beschäftige. Ja, damit kommen wir eigentlich auch gleich zum Thema. Ich glaube, unter dem Stichwort KI oder künstliche Intelligenz, da kann man ja ein ganz, ganz großes und weites Feld verstehen. Das ist ungefähr so, wie ich sage Haus. Das kann vom Einfamilienhäuschen bis zum Wolkenkatzen ziemlich alles sein. Magst du vielleicht uns erklären oder zeigen, was so deine Sicht der Dinge auf das Thema ist? Was ist KI eigentlich und was kann eigentlich KI und wo liegen auch derzeit vielleicht technische Grenzen, damit wir da ein gemeinsames Verständnis über diesen Begriff KI einfach mal bekommen? Also, du bist ja auch schon länger im Geschäft und weißt, wenn solche neuen Hype-Themen kommen, versucht das jeder zu adaptieren. Und dir läuft eigentlich kein Softwarehersteller mehr über den Weg, der nicht behauptet, seine Lösung ist KI-basiert. Und deswegen ist diese Frage zum Einstieg ganz wichtig, um mal zu klären, was ist KI überhaupt und was sind, ich sage mal, wofür braucht man KI und welche unterschiedliche Arten von KI-basierten oder KI-Lösungen gibt es? Also, grundsätzlich ist das Thema KI ja jetzt nicht so neu, wie manche glauben. Es gibt ja einige, die da rumlaufen und sagen, KI hat OpenAI erfunden und das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Mein Partner Robert Vogel hat, ich glaube, irgendwann Ende der 80er seine Diplomarbeit zum Thema neuronale Letze geschrieben als Informatiker. Also, das Thema ist in der Forschung schon lange da, aber natürlich das, was jetzt neu ist, ist dieses Thema, diese Transformationsmodelle. Also, diese Large Language Model und dieser Ansatz der generativen KI, das ist tatsächlich als Tool für uns, als Anwender, Berater oder was auch immer, das ist neu. Und das hat natürlich die Fantasie angeregt und damit kann man ganz viel machen. Also, der Klassiker ist, Texte generieren, Muster erkennen, riesige Datenmengen analysieren, aber auch die KI als Sparringspartner für kreative Ideen zu benutzen. Also, der Einsatz ist mannigfaltig und deswegen ist es schwierig, das in einem Satz zu erklären. Wichtig ist einfach, KI ersetzt keine Menschen, das ist ja immer so ein Thema, aus meiner Sicht. Ich habe letztens ein schönes Zitat gehört, da hat jemand gesagt, nicht die KI ersetzt die Menschen, sondern die Menschen, die nicht bereit sind, KI anzunehmen und anzuwenden, werden durch die ersetzt, die es tun. Das ist ein ganz spannender Satz. Und den fand ich auch total interessant und ja, unser Beratungsgeschäft wird sich durch KI total verändern. Weiterbildung wird sich ändern, die Art und Weise, wie ich intern arbeite, ob das im Marketing ist und in der Produktentwicklung, damit KI mit Standard-Tools, aber auch mit speziell trainierten Custom-GPTs oder Co-Pilots, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sehr stark verändert. Davon bin ich überzeugt. Ja, du hast ja gerade angesprochen, das Thema KI ist kein neues, sondern in der Forschung ja schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt und Gegenstand eben von Forschung und Entwicklung. Ich glaube aber schon, das, was neu ist, ist, dass es massentauglich geworden ist, dass eine breite Öffentlichkeit auf einmal sowas nutzen kann und dass es nicht mehr exklusives Wissen oder Anwendungsbereiche von Experten ist. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz großer Schritt. Und dann haben eben die Anbieter von generativer KI, also diese Large Language Models oder auch Bildgenerieren und solche Dinge, glaube ich, schon sehr viel dazu beigetragen, dass man massentauglich wird. Ja, definitiv. Also auch der Einsatz von Chat-GPT zum Beispiel im privaten Umfeld. Also ich persönlich, wenn ich Briefe schreibe oder wichtige Texte formulieren muss, habe ich Chat-GPT auf. Ich habe den roten Faden, den wir beide entwickelt haben. Ich habe hier von der KI generierte Antworten. Die lese ich natürlich nicht vor. Aber die gaben mir Inspirationen, gaben mir ein paar Perspektiven, die ich in unser heutiges Gespräch einfließen lasse. Oder wenn ich einen Brief an meine Bank schreibe oder was auch immer, lasse ich Chat-GPT mich unterstützen bei der Formulierung. Damit kommen wir eigentlich zu einem anderen Thema, zu einer zweiten Frage eigentlich von mir. Was ist denn so der Unterschied zwischen dem experimentalen Einsatz, also ich probiere das mal aus, ich spiele mal ein bisschen herum und so weiter, und tatsächlich einem strukturierten Einsatz in dem Unternehmen, dass das Teil des Systems wird. Ich glaube, dass das schon ein Unterschied ist, aber wie siehst du das? Also ja, das ist ein definitiver Unterschied, wobei ich glaube und davon überzeugt bin, dass beides notwendig ist. Es gibt ja unzählige Studien, unter anderem auch von der Bitkom, wo man dann so hört, ja, 80% der Unternehmen setzen schon KI ein. Da sage ich immer, ja, wenn das Rumspielen mit Chat-GPT oder Co-Pilot das Einsetzen von KI ist, sage ich ja. Ja, wenn es aber darum geht, KI wirklich sinnvoll, geplant, strukturiert für Automatisierung oder für das Erledigen von Arbeiten, die früher der Mensch gemacht hat, nicht zufällig und auf einen persönlichen Arbeitsplatz bezogen, sondern sich in die Unternehmensprozesse integriert hat, dann reden wir von einem strukturierten Einsatz. Und ich glaube, beides ist notwendig. Also ich bin davon überzeugt, und das ist auch das, was wir stark unterstützen, dass es erstmal notwendig ist, dass die Unternehmen Experimente machen, ausprobieren, um zu verstehen, wofür KI alles hilfreich sein kann, um bewusste Entscheidungen und bewusste KI-Strategien zu entwickeln, die dann in einen sinnvollen Einsatz geht. Ja, das ist manchmal auch, glaube ich, ziemlich herausfordernd, das Ganze, weil wenn man dran denkt, zum Beispiel Buchhaltung, da weiß man, man muss letztendlich seine Geschäftsvorfälle auf Konten buchen, damit am Ende des Tages Gläubiger über die Substanz eines Unternehmens Bescheid wissen und der Staat eine Besteuerungsgrundlage hat. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck von Buchhaltung. Da habe ich einen klaren Einsatzzweck, und dann gibt es eben Software, die unterstützen das eben bei der Verbuchung von meinen Belegen. Prima, habe ich verstanden. Aber bei diesem generativen KI oder auch anderen KI, die mein Einsatz ist, das ist ein bisschen wolkig, das Ganze. Ich tue mir da immer schwer, oder ich glaube, auch unsere Zuschauer tun sich immer ein bisschen schwer, was ist denn jetzt der konkrete Einsatzzweck, wo kann ich das, also diese, ja, ich sage mal, habe ich jetzt eine Glühbirne über dem Kopf, macht Bing, da habe ich eine Idee, da kann ich es mal benutzen. Oder eben tatsächlich das systematische Herausfinden, wo in meinen Unternehmensprozessen kann ich KI auf welche Zwecke eigentlich verwenden, um ein bestimmtes Problem zu lösen? Also da ist ja die Herangehensweise bei der Fragestellung sehr unterschiedlich. Ja, es gibt ja, es gibt ja KI-Tools, also wenn ich jetzt mal Marketing, also ich sage Marketingabteilungen, die für ihr Tagesgeschäft, ja, Social Media Marketing, Webseitengestaltung oder was auch immer, oder Unternehmenskommunikation, Formulierung von Pressetexten und so weiter, heute noch keinen, noch keine KI-Tools einsetzen für Bildgenerierung, für Textgenerierung, für die Automatisierung von Social Media, die haben ein Problem, weil die sind definitiv nicht mehr effizient. Marketingagenturen setzen das ja schon seit längerem ein. Also wenn du heute eine Webseite baust, brauchst du die theoretisch gar nicht mehr selbst zu designen. Ja, du kannst, du nimmst einen Bildgenerierungs-KI und lässt dir Bilder entwickeln. Du nimmst eine andere KI, um, ich sage mal, Style Shields zu entwickeln. Und dann sagst du der KI, wunderbar, das gefällt mir jetzt alles wunderbar, sehr gut, und jetzt generiere mir da bitte einen HTML-Code raus. Und den HTML-Code nimmst du dann und schiebst den Wordpress rein. Das kannst du mittlerweile automatisieren. Das heißt, es braucht niemand mehr Hand anlegen, um eine Webseite zu bauen. Und das gilt für viele Dinge, die im Marketing, gerade im Marketingbereich, ist da sehr geprägt. Aber andere Beispiele. Wir bauen gerade ein, wir nennen es Experten-KI als Onboarding-Buddy. Du bist ein neuer Mitarbeiter in einem größten Unternehmen. Da ist ja immer die Herausforderung. Du kommst rein. Im besten Fall gibt es einen guten Onboarding-Prozess. Im schlimmsten Fall gucken dich alle an und fragen dich, wer bist du? Ach, du bist der Neue. Jetzt muss man mal gucken, was wir mit dir machen. Du musst dich in ganz bestimmte Themen einarbeiten. Du musst wissen, wer ist wofür verantwortlich. Du musst die Richtlinien kennen. Du musst die Kultur kennenlernen und so weiter und so fort. Du fragst dich durch. Du bekommst Ordner. Du bekommst Zugang zum SharePoint und liest und liest. Und dafür ist es wunderbar. Wenn du einen Onboarding-Prozess hast, kennst du die Beteiligen, weißt, welche Informationen brauchen euer Mitarbeiter, was sind so die klassischen Fragen, dann trainierst du genau für so einen Fall eine Experten-Ki mit dem entsprechenden Content, die dann 24-7 rund um die Uhr in jeder Sprache der Welt gesprächsbereit ist, Hilfe leisten kann, Support für den internen Mitarbeiter, sagen kann, wer ist wofür zuständig, wie ist die Firmenwagenregelung, wie komme ich an mein Handy, welches Handy darf ich mir bestellen. Also die klassischen Fragen oder auch im Dialog, was sind so die Führungskultur des Unternehmens, wie gehe ich denn in dem und dem Fall, also das kann ich alles in der KI beibringen. Da kann ich eine Experten-Ki trainieren, die dann als, ich nenne es Onboarding-Buddy, ja, zur Verfügung stellen kann. Und wenn du das umdrehst, ja, als Offboarding zum Thema Offboarding, du hast das mit Sicherheit auch schon ganz oft gehört, ja, oh, wir haben da einen Kollegen, der ist schon 40 Jahre, wenn wir ein Problem haben, dann fragen wir den, der hat auf alles eine Antwort. Der hat so viele Erfahrungen, es gibt nichts, was der dich schon gelöst hat. Ja. Und der geht in zwei Jahren. Ja, und alle denken sich, verdammt, was machen wir denn, wenn der weg ist? Ja, dieses Thema Generationswechsel, Wissen und Erfahrung verlässt das Unternehmen. Deswegen, jetzt stell dir mal vor, du könntest einen digitalen Twin dieses Mitarbeiters KI-basiert entwickeln. Ja. Du hast ein Vorgehen und eine Methodik, wie du das Wissen und die Erfahrung dieses Mitarbeiters so strukturiert aufnehmen kannst, dass du damit einen KI-Assistenten, einen KI-Experten trainieren kannst, der in der Zukunft dann gefragt werden kann. Ja, und da gibt es ja schon ganz viele Mechanismen, in der Regel werden dann immer ganz viele strukturierte Interviews mit diesen Personen geführt, in der Hoffnung, dass sie einem alles erzählen. Ja, ich würde sagen, so hat man es gestern gemacht und dann in Dokumente und dann auf dem Sharepoint gelegt, so hat man es gestern gemacht. Heute würde man den Dialog zwischen dem Experten, das Aufnehmen der Informationen mit KI-Assistenten machen, Videoaufzeichnungen, die man transkriptiert, Chat-GPT-basierte Interviews führen mit dem Kollegen, um die ganzen Ergebnisse zu nutzen, um einen KI-Experten zu trainieren. Naja, das kann natürlich auch zu, ich sage jetzt mal, Generationensspannungen im Betrieb führen. Ich sage mal so, jetzt die Jungen sind dafür bekannt, es sind die jungen Wilden, die sind schnell, die sind leistungsfähig, die sind robust, die sind vielleicht weniger krank. Der ältere Mitarbeiter ist ein bisschen langsamer geworden, hat vielleicht so seine Zipperlein, dafür hat er eben sein Erfahrungswissen, seine Empathie und vor allem seine große Erfahrung, von denen er erzählen kann, das war der Wert von einem älteren Mitarbeiter. Wenn ich jetzt aber genau dieses Thema Erfahrung und diese Themen von dem alten Mitarbeiter an der KI trainiere, dann verliert er ja eigentlich seinen Vorteil als Älterer gegenüber Jüngeren. Kann das zu Spannungen führen? Nö, im Gegenteil. Also was ist das denn für eine Wertschätzung, wenn ich einem Mitarbeiter, der nächstes Jahr aussteigt, der nächstes Jahr in den Ruhestand geht. Der geht ja nicht in den Ruhestand, weil er alt ist und krank ist, sondern weil er es sich verdient hat. Wenn ich dem so viel Wertschätzung entgegenbringe, indem ich ihm sage, dein Wissen ist so wichtig für uns und wir können es uns gar nicht vorstellen, ohne dich zu sein. Wir würden gerne dein Wissen so konservieren und verfügbar machen, dass du noch über deine Rente hinaus einen Wert für das Unternehmen hast. Da geht es nicht um, ich rede ja nicht davon, jemanden durch einen digitalen Twin zu ersetzen und rauszuschmeißen, sondern ich rede davon, diesen Übergang in den Ruhestand, diesen Offboarding-Prozess so zu gestalten, dass bei Menschen, die so viel Erfahrung und Wissen haben über die Produkte, über das Unternehmen, über die Kunden, dieses Wissen weiterhin verfügbar zu haben. Früher hat man ja und manchmal heute auch noch gesagt, ja, die sollen dann alles in Prozesse aufschreiben. Natürlich, sie schreiben dann irgendwelche Prozesse auf, aber in den Prozessen steckt nicht wirklich das Wissen und die Erfahrung und die Kreativität in der Problemlösung, weil diese Menschen, die lösen ja die Probleme, nicht indem sie einen Prozess rausholen und sagen, hier ist der Prozess, mach den nach, sondern das sind Erfahrungen, das sind spontane, kreative Dinge. Ah, das hatte ich schon mal, da hat das und das funktioniert, probiert das mal. Ja, die werden ja bei den Problemen, die nicht in den Standardprozessen vorkommen, sondern die Ausnahmen, die Eskalationen, ja, die ich nicht in Prozessen abgebildet habe, aber die Störfeuer sind, da werden diese Menschen doch gerufen, um Probleme zu lösen. Damit komme ich auf einen weiteren Aspekt für einen systematischen Einsatz von KI im Unternehmen. Braucht es dafür spezielle Voraussetzungen? Also wir haben gerade gesagt, naja, vielleicht braucht es auch Leute, die es bedienen können, anwenden können, aber was ist so gerade mit Unternehmens- und Fehlerkultur? Ich glaube, man sieht es genau in diesem Thema, dass eine positive Unternehmenskultur eine wichtige Voraussetzungen sein kann, damit es eben nicht nur die dunklen Seiten gibt. Ja klar, natürlich. Da war ich gerade der Advocatus-Diavo, ich sage es mal, wie man es auch vielleicht falsch verwenden könnte. Also ich habe gerade vorgestern ein Gespräch geführt mit jemandem, der sich Gedanken macht, wie er das Thema KI ein bisschen strategischer und strukturierter in seinen Unternehmen bringt. Und der hat mir berichtet, dass das Management erst mal ein KI-Board eingerichtet hat. Und ich habe gesagt, was machen die denn? Ja, die haben sich zur Aufgabe gestellt, zu verhindern, dass... Pünktchen, 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 Pünktchen. Das ist schon der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, was zu verhindern. Ja, es geht darum, sich gedankermaßen Dinge zu ermöglichen. Natürlich muss ich klare Richtlinien definieren, eine Governance definieren, auch das Thema Datensicherheit berücksichtigen, den EU-Act und so weiter und so fort, damit da nichts passiert, was ich nicht will. Unternehmenswissen in die Welt zu posauen und so weiter und so fort. Also es geht darum, systematischer Ansatz heißt für mich, ich muss auch auf der Management-Ebene bewusst sein und Kompetenzen für dieses Thema aufbauen. Ich muss gleichzeitig auf den unteren Ebenen den Rahmen geben, Experimente zu machen, auszuprobieren, Standard-Tools auszuprobieren, vielleicht auch den ein oder anderen KI-Experten, KI-Assistenten selber zu trainieren, um spezielle Anforderungen, um so mehr und besser zu verstehen, wie KI helfen kann, wo KI sinnvoll unterstützen kann und mit diesem Wissen sich dann strukturiert eine Strategie zu überlegen, wie gehen wir dem jetzt vor, welche Infrastruktur brauchen wir, welche Security- und Datenschutzaspekte müssen wir berüchtigen, welches Large Language Model benutzen wir. Machen wir Azure oder Open AI oder gehen wir auf Gemini oder 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 oder. Ja, in welchen Bereichen und Prozessen wollen wir KI einsetzen. Also was zur Zeit abgeht, ist das Thema KI-basierte Softwareentwicklung. Ja, also ich habe mir letzte Woche von einem Microsoft-Manager erzählen lassen, dass Microsoft die Softwareentwicklung mittlerweile zu 50% KI-basiert läuft. Da sitzt niemand mehr und codeet selber. Ja, da gibt es GitHub, Microsoft oder Replit oder Cursor, also KI-Tools, ja, die das Coden für mich übernehmen. Es geht ja mehr darum, um die Konzepte und die Funktionen, die ich haben möchte und so weiter. Ich gehe nur um die Anforderungen so zu beschreiben, den Entwicklungsprozess so zu strukturieren, dass ich einzelne Bausteine der zukünftigen Lösung durch eine KI-Code erzeugen lasse und das dann sauber, also die Art, wie wir Software entwickeln werden, wird sich komplett verändern. Und ja, unter Fehlerkultur, wenn ich bereit bin, Experimente zu machen, Dinge auszuprobieren, werden auch mal Experimente scheitern, weil Ideen nicht umsetzbar sind. Und das muss erlaubt sein, im Gegenteil, das muss sogar gefördert werden. Ja, wenn ich nicht ausprobiere, habe ich Stillstand. Ja, ich kann drei Jahre über den Einsatz von KI nachdenken und diskutieren. In der Zwischenzeit sind meine Marktbegleiter rechts und links an mir vorbeigelaufen. Ja, das geht im Moment relativ schnell. Genau, dann muss ich mir über, ich sage mal, Infrastruktur Gedanken machen, über KI-Infrastruktur, wie setze ich denn, welche Technologie, welche Large Language Model, welche Tools setze ich ein. Und dann muss ich auf die Prozesse schauen und muss gucken, in welchen meiner Prozesse habe ich Optimierungs-, Effizienzsteigerungs- und Automatisierungspotenzial durch den Einsatz von Standard-Tools. Im Marketing werden hauptsächlich Standard-Tools eingesetzt, Bildgenerierung, Textgenerierung und so weiter und so fort. oder durch speziell trainierte KI-Assistenten oder Experten oder Agenten, wie man das nennen will. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so speziell trainierte KI-Assistenten und so weiter, und du hast gerade gesprochen, hier auch eigene Ressourcen und so weiter, ich bin ein kleineres Unternehmen, ich sage jetzt mal 50 Mitarbeiter, und möchte für einen bestimmten Einsatzzweck eben KI jetzt nutzen. Wie mache ich das jetzt? Fahre ich dann zu einem Elektronikhändler, kauf mir einen neuen Desktop, und dann lade ich mir da was runter und trainiere das irgendwie? Oder vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblicke geben. Ja, ein Elektronikhändler wird da wahrscheinlich der verkehrte Ansprechpartner sein. Es ist sogar noch einfacher. Ich muss jetzt erst mal, also wenn ich jetzt einfach mal anfangen möchte, mich mit KI zu verschäftigen, Chatbot zu nutzen, dann nehme ich jetzt mal OpenAI als Beispiel, dann gehe ich auf die Webseite von OpenAI und buche mir einen ChatGPT-Account. Dann kann ich erst mal anfangen, damit rumzuspielen, auszuprobieren, prompten zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert das, die Interaktion in der Dialog. Parallel dazu kann ich zum Beispiel Perplexity nutzen für Suche. Google kennt jeder. Perplexity, das ist ein AI, ein reines KI-Tool, was die Qualität der Suche immens steigert. Google liefert mir Links. Perplexity liefert mir Zusammenfassung. Also als Recherche-Tool, perfekt. Wenn ich den nächsten Schritt weitergehe und sagen möchte, jetzt möchte ich mal meinen eigenen Custom-GPT entwickeln, dann gibt es auch bei OpenAI wieder eine Möglichkeit, eine kleine Lizenz, die kostet dann ein bisschen mehr als so eine Einzellizenz, ich glaube 200 Euro. Und dann habe ich einen geschützten Bereich. Das heißt, in diesem geschützten Bereich bleiben die Daten, die ich hochlade, auch bei mir. Da wird nicht das große Large Language Model trainiert. Ich kann Dokumente hochladen, ich kann System-Prompts definieren und ich kann sogenannte Custom-GPTs bauen, die ich für ganz spezielle Aufgaben trainiere. Also das, was ich vorhin gesagt habe oder erzählt habe, die Use Cases der Offboarding-Buddy oder der Onboarding-Buddy, das sind in meiner Welt speziell trainierte Custom-GPTs oder in der Microsoft-Welt KI-Agenten-Copilots, die für eine ganz bestimmte Aufgabe speziell trainiert sind und die dann nicht nur das Wissen der Welt über die Large Language Models nutzen, sondern die ganz gezielt Informationen, Content, Instruktionen im Kontext zu der Aufgabe bekommen. Also ich könnte denen zum Beispiel meine derzeitigen Unternehmensbroschüren, die ich aus dem Marketing habe, einfach dann als Trainingsfutter geben und dann finden die auch die Tonalität für weitere neue Erstellungen. Ganz genau. Ich nehme alles das, was ich den Mitarbeitern an Dokumente auf den Tisch lege, Richtlinien, Einkaufsrichtlinien, Fuhrparksrichtlinien, die lade ich hoch und trainiere dann die KI aus dem Content. Oder ich habe einen KI-Experten gebaut, der hilft, Prozessziele zu formulieren, Prozessziele abzuleiten, Prozesskennzahlen zu definieren. Dem habe ich beigebracht, die Methodik, wie sowas methodisch funktioniert. In meinem Job habe ich schon zig KI-Guidelines entwickelt. Das heißt, ich habe erst mal die Experten-KI auf die Methodik trainiert und dann gebe ich ihm Strategieinformationen von dem Unternehmen, in dem die KI im Einsatz sein soll, gebe ihm die Prozesslandkarte, vielleicht auch noch die Prozesse der Ebene 2 mit, vielleicht noch andere Kontextinformationen und dann fange ich an, die KI auf die Probe zu stellen, indem ich Fragen stelle und mir die Ergebnisse angucke. Und das ist, man hört immer, KI handizioniert gerne. Ja, definitiv, das tut die. Weil die ja das Wissen der Welt, also durch die jahrelange Trainieren mit Daten aus dem Internet, natürlich sehr unterschiedliches Wissen mit unterschiedlicher Qualität und Ausprägung. Das heißt, das muss ich der KI dann ein Stück weit abtrainieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der oder diejenige, die diese KI trainiert, selber das Expertenwissen haben muss, um zu beurteilen, halluziniert die KI jetzt gerade oder ist das eine gute Antwort? Bei jemandem, der keine Ahnung von dem Thema hat, dass so eine KI in dem Kontext trainieren zu lassen, wäre ein klassischer Fehler. Das heißt also, ich nehme so ein Standardwerkzeug wie jetzt JGP Team mit meinem geschützten Raum, wie du es gerade beschrieben hast, dann hat es quasi erstmal noch das allgemeine Wissen der Welt und ich trainiere sie auf spezielle Sachverhalte. Und wenn es aber in meinem speziellen Sachverhalt man als Trainingsdaten nichts findet, dann greift es auf das Wissen der Welt zurück. Also das Wissen der Welt, das wird immer mit berücksichtigt. Daraus kommen ja dann auch gerade zu Beginn immer Antworten und Ergebnisse, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie daneben gegriffen. Also ein anderes Beispiel. Ich habe für meinen Beratungs-Von dem, wir sind ja auch als Weiterbildungsdienstleister unterwegs, habe ich eine KI trainiert, die als Weiterbildungsberater, also ein Interessent an unsere Seminare, ruft an, das passiert jeden Tag, und sagt, ja, ich bin hier neu im Job und ich soll Prozessmanagement machen und suche eine Weiterbildung für mich. Ihr habt ein großes Portfolio. Was ist denn der richtige Einstieg? Welche Seminare brauche ich denn? Und da habe ich einen Experten-KI trainiert, die die Beratung übernimmt. Den Seminarkatalog hochgeladen, gesagt, lies bitte diese Webseite, ja, habe der KI gesagt, wer bist du, in welcher Rolle bist du, was sind die Einstiegsfragen, das sind dann sogenannte Instruktionen oder System-Proms, die du diesem Custom-GPT mitgibst, und dann habe ich die erste Frage gestellt, und da kam Blödsinn raus. Was hat der Custom-GPT gemacht? Der hat nicht nur unsere Seminarkonzepte berücksichtigt, sondern auch die, die unsere Marktbegleiter haben. Ja, und hat dann auf einmal Seminare empfohlen mit Seminarinhalt, wo ich sage, okay, wo hast du das jetzt her? Ja, also musste ich die Instruktionen konkreter machen. Ja. Empfehle nur, ja, Seminare, die du in diesem Dokument findest. Ja, vermische bitte keine Seminarinhalte. Also das sind dann, das ist das, was ich sage, erst ein kontinuierliches Trainieren, bis die Ergebnisse so klar und sauber sind, dass du eine Ergebnissstabilität hast. Und dann kannst du mit dem Ding arbeiten. Also jetzt zu sagen, ich lade nur die Daten hoch und danach ist es perfekt, das wäre ein bisschen kurz gegriffen, da ist schon ein Training, alternativ, immer wieder ausprobieren, immer wieder justieren, immer wieder neue Instruktionen, Systemproms hinterlegen, somit wird das Ergebnis stabil ist. Also kann ich mir dann quasi vorstellen, wie wenn ich jetzt einen neuen Auszubildenden im Betrieb habe und den quasi über die drei Ausbildungsjahre, in dem Fall ist es natürlich schneller bei der KI, aber letztendlich beibringe, wie wir bei uns im Betrieb arbeiten und was eigentlich sein Beruf ist. Genau. Und der macht seine eigene Erfahrung, lebt aber auch von der Erfahrung der Menschen, die ihn anlernen. Genau. Und irgendwann macht er immer weniger Fehler, irgendwann hat er das so gut verstanden, dass die Ergebnisse, die er generiert, super sind. Nicht immer fehlerfrei, auch wir Menschen machen Fehler. Genau. Und auch eine KI wird Fehler machen, wobei es natürlich Einsatzszenarien gibt, wo wir uns nicht wünschen, dass KI Fehler macht, wenn wir jetzt in der Medizin, über die Medizintechnik nachdenken und so weiter und so fort. Aber ja, ich sage immer, im Augenblick ist die KI eine Assistenz für uns und kein Ersatz für uns. Wir haben immer noch die Verantwortung für das, was die KI als Ergebnisse generiert. Wir können nicht sagen, Chef, da habe ich jetzt zwar meine Verantwortungsbereich, aber das Ergebnis hat die KI gemacht, da kann ich keine Verantwortung für übernehmen. Ja? Im Zweifelsfall wird die KI schuld. Genau. Jetzt haben wir uns ganz viel über so Standard-Tools unterhalten gehabt, jetzt was ich, ChatGPT und so weiter, dass man da auch so einen abgegrenzten Bereich haben kann, die selbst trainieren kann. Was gibt es denn eigentlich alles so für Standard-Tools oder was bezeichnen wir eigentlich so als Standard-Tools und was ist denn so der Anwendungsbereich? Hast du da so vielleicht nur so einen Blumenstrauß, was es so einfach gibt? Ja, also wenn du im Internet mal nach AI-Wheel suchst, findest du hunderte von Grafiken, von Menschen, die KI-Tools strukturieren, Marketing, Writing, Produktivitätssteigerung und dann tauchen dann, keine Ahnung, 100.000 Logos auf. Ja? Die sich auch permanent verändern, weil es immer mehr KI-Tools gibt. Wenn ich von Standard-KIs rede, dann meine ich solche Lösungen wie High Gen. Das ist ein KI-basiertes Tool zum Generieren von Videos. Ja? Oder Flux. Das ist spannenderweise deutsches Unternehmen. Ja? Der hat aus meiner Sicht derzeit das beste KI-Tool zum Generieren von extrem lebensechten Fotos von Menschen. Die trainiere ich mit meinen eigenen Bildern. Ja? Und dann generiert die im Prinzip mit meinen Bildern einen Avatar von mir und den kann ich dann in ganz vielen unterschiedlichen Situationen einbinden. Und die sehen so gut aus, ja? Dass man, wenn man die Leute nicht kennt, tatsächlich Probleme hat, zu erkennen, ist das jetzt KI oder nicht. was natürlich auch, und jetzt kommt wieder der, ein Risiko darstellt, ja? Deepfakes zu bauen. Ja? Du siehst ein Video, ja? Und das sieht so gut aus, dass du denkst so, oh, super, was ist das denn? Und dann sagt die Person was und du denkst, okay, was erzählt die denn da das? Also, solche Sachen wie KI kannst du natürlich zum Wohle der Menschheit oder auch für kriminelle Zwecke oder bei den Fondationen. Ganz genau. Wie bei allen Werkzeugen. Ich kann dir ein Messer nehmen als Küchenmesser, um mir das Leben leichter zu machen. Ich kann es auch missbrauchen, um jemanden zu verletzen. Das liegt ja nicht am Messer. Also, Standard-Tools sind solche Tools, die ich benutze, um ganz bestimmte Dinge zu machen. Chat-GPT könnte, würde ich jetzt in zwei Kategorien nehmen. Chat-GPT, als Chatbot ist ein Standard-Tool. Wobei es eigentlich ein Large-Language-Model ist und ja, der Chatbot eigentlich nur der Prompt auf dem Large-Wake. Wenn ich jetzt aber anfange, Experten-KIs damit zu bauen, dann ist es ja kein Standard-Tool mehr, sondern dann nutze ich das Large-Language-Model und die, sagen wir mal, Oberflächen, die mir der Anbieter zur Verfügung stellt, um speziell individuell trainierte Custom-GPTs oder Lösungen zu bauen. Und das ist für mich der Unterschied. Also, ich nehme eine Software, die für einen ganz bestimmten Kontext, es gibt ganz viele KIs mittlerweile, mit der du Präsentationen erstellen kannst. Es gibt ganz viele KIs, mit der du Social-Media-Posts erstellen kannst, mit der du Texte, Deeple, ja, deutsches Unternehmen, Übersetzung, ja, ist im Prinzip auch eine KI, nicht im Prinzip, es ist ein KI-basiertes Tool. Also, da gibt es ganz, ganz viele, ja, die kannst du aber dann, die musst, die kannst du anwenden, aber kannst damit nicht neue oder andere oder spezielle KI-Experten trainieren. Und das ist das, was so mein Verständnis von Standard-KI oder Standard-Tools im KI-Umfeld. Also, ich kann jeden, der da mal wissen will, google mal nach KI oder AI-Wheel und dann findest du so schöne, kreisrunde Grafiken und dann findest du, das ist dann so ein bisschen Logo-Buzzword-Bingo. Ja, okay. Jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt haben wir so ein ganz typisches mitteltechnisches Unternehmen, sagen wir mal, mit Schreinerei-Betrieben. 30 Mitarbeiter, wie es halt ganz viele in unserem Land halt einfach so gibt. Und der hat es tatsächlich auch Lust, sowas auszuprobieren und also den Sprung zu schaffen von ich spiele es da mitten herum zu ich möchte es wirklich systematisch in meiner Schreinerei einsetzen. Hast du vielleicht Tipps für uns, wie man systematisch Anwendungsgebiete und Einsatzzwecke herausfinden kann? Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt der Geschäftsführer von so einer Schreinerei bin, ich habe fünf Leute im Büro und 25 draußen, gewerblicher auf der Baustelle, wie kann ich das jetzt nutzbar machen für mich, was es da für tolle Möglichkeiten gibt? Also, das hatte ich eben schon erwähnt, erst mal würde ich mich als Geschäftsführer einer Schreinerei damit auseinandersetzen, was für, wie KI überhaupt funktioniert. ja, ich würde verstehen wollen, was ich damit für Arten von Problemen lösen kann, um mit diesem Wissen dann auf potenzielle Einsatzgebiete zu gehen. Dann würde ich mich, wenn ich mir als Geschäftsführer die Gedanken gemacht habe, würde ich mit meinen Mitarbeitern in den Dialog gehen, den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und mit diesem Wissen dann gemeinsam Ideen zu entwickeln, ja, wo kann das denn helfen? Angebote schreiben, so ein Klassiker, schöne Texte, die sauber zu strukturieren, ja, oder einen KI-basierten Anrufbeantworter, der Aufträge annimmt oder der, erst mal Informationsabfragen, Ressourcenplanung, Disposition, dispositive Tätigkeiten, das ist ein super Einsatzszenario für KI. Wenn ich der KI sagen kann und mitgeben kann, wie viele Mitarbeitern habe ich, was sind die Skills und die Kompetenzen der Mitarbeiter, wie ist deren aktuelle Verfügbarkeit, wenn ich diese Informationen habe und zwar digital verfügbar habe, ja, dann kann ich eine KI darauf generieren, eine Einsatzplanung zu machen, zuzuordnen, ich habe hier eine Anfrage von einem Kunden, ich muss da jemanden hinstecken, ich habe 25 Handwerker, ich weiß, wer ist gerade verfügbar und dann gucke ich, wer kann denn diese, wer hat denn Erfahrung in dieser speziellen Aufgabenstellung. Wenn du, wenn du als Geschäftsführer schon Prozesse designt hast, ja, und es ist man ja im Mittelstand, im Handwerk ist der Begriff Prozess, ja, die wenigsten haben ihre Prozesse beschrieben und dokumentiert, aber wenn sie es schon getan haben, dann sollten sie durch die Prozesse gehen und gucken, wo gibt es denn in den Prozessen Aufgaben, die vielleicht viel Zeit kosten, die aber keinen wirklichen Mehrwert stiften, ja, und die ich digitalisiert durch KI automatisieren kann. Dazu brauche ich aber schon Verständnis dafür, was ich eigentlich in meiner Firma genau mache, auch die kleinteiligen Dinge, also zum Beispiel, das haben wir ausprobiert, das bei meinen Kunden im Handwerk, Gefährdungsbeurteilungen. Die Dinge müssen erstellt werden und keiner hat eigentlich große Lust drauf, auf den Erstellungsprozess. Die sind zwar sinnvoll, dass man dann sagen kann, okay, bei bestimmten Situationen muss ich meine Mitarbeiter eben halt möglichst vor Verletzungen und Unfällen schützen, alles gut, aber das Runterschreiben von den Dingern ist echt nervig. Jetzt kann ich durch einen guten Prompt, haben wir es ausprobiert, tatsächlich solche Gefährdungsbeurteilungen durch ein Large Language Modell wirklich gut erstellen lassen und das geht halt rasend schnell und ich sage mal, das, was da rauskommt, ist jetzt vielleicht nicht die absolute 100% High-End-Lösung, aber es ist wesentlich besser, als keine Gefährdungsbeurteilung zu haben und genau das ist, glaube ich, der Punkt, also bevor ich dann eben keine habe, weil ich keine Lust drauf habe oder es dann irgendwie, muss ich auch noch machen, habe ich lieber die gerade im Kontext Dokumentation, das Erstellen von Dokumenten, ja, ist Riesenpotenzial, wer macht das denn gerne? Gut, ich habe gerne Menschen kennengelernt, die das toll finden, ja, Dokumentationen zu schreiben, aber es gibt ganz viele, die sagen, oh, das ist eine lästige Arbeit und wenn ich mich dafür drücken kann, tue ich es. In der Softwareentwicklung, welcher Entwickler dokumentiert denn gerne? Keiner. Wenn die jetzt, wir haben über Softwareentwicklung gerade gesprochen, es gilt ja dann auch, wenn du neue Produkte und neue Verfahren entwickelst und so weiter, wenn es um Kreatives, Dinge geht, Dinge ausprobieren, zu experimentieren, neues Produkt zu designen, das finden alle ganz toll, ja, wenn das dann fertig ist, dann Spezifikationen, Dokumentationen und Gott weiß das zu erstellen, das runterzuschreiben, das macht dann keiner gerne, ja, aber das kann ich machen lassen, weil ich ja alle Informationen, die ich brauche, die ich verarbeiten muss, habe ich ja im Vorfeld miterstellt, dokumentiert, ja, wie auch immer, in technischen Zeichnungen drin, in Produktbeschreibungen drin und so weiter und das kann ich dann in eine KI kippen und die KI generiert mir dann Gefährdungsbeurteilung, Produktspezifikationen und so weiter und so fort. Ja, dann sind wir aber schon bei dem Punkt, glaube ich, dass für den systematischen Einsatz ich als Geschäftsführer von meiner Schreinerei schon so meine Prozesse so halbwegs kennen und irgendwie im Griff haben sollte, weil wenn ich das jetzt nicht habe, tut es mir schwer für den systematischen Einsatz, dann habe ich halt die Heuristik. Ja, aber. Das könnte man mal ausprobieren. Also ein Geschäftsführer oder Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, kleinen mittelständischen Unternehmen, wenn der seine, ich will jetzt gar nicht den Begriff Prozesse, sondern seine Abläufe, sein Unternehmen nicht im Griff hat, dann ist er nicht erfolgreich. Der denkt zwar vielleicht nicht in Prozessen, so wie wir beide es denken, aber der denkt in Zusammenarbeit, der denkt in welche Mitarbeiter brauche ich für welche Aufgabe, was ist deren Job, was ist deren Verantwortungsbereich, welche Ergebnisse muss der liefern, ja, weil am Ende muss der Kunde zufrieden sein, muss sein Geld überwiesen haben und es muss so viel sein, dass ich davon nicht nur meine Gehälter bezahlen kann, sondern auch einen Gewinn erwirtschafte. Also die haben ja ihr Unternehmen mehr oder weniger im Griff. Wie viel Potenziale für Effizienzsteigerung, Automatisierung und Margenerhöhung da möglicherweise durch Digitalisierung, Automatisierung, Einfall zum KI noch drin wäre, das ist ja das Spannende. Ja, und wenn ich mit so einem Geschäftsführer über seine Potenziale rede, würde ich erst mal fragen, was ist überhaupt dein Geschäftsmodell? Wofür zahlen deine Kunden, was sind deine Dienstleistungen, was sind deine Services, was verkaufst du an Produkte für Dienstleistungen, wie erfolgt die Dienstleistungserbringung? Ja, das sind ja seine Abläufe, seine Prozesse, wie ist deine Organisation, wer macht was, ja, wie läuft die Zusammenarbeit, wie viel hast du schon digitalisiert, ja, wo machst du noch, wo schreibst du noch Formulare und, 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 ja, und das sind natürlich Dinge, die mir diese Person in der Regel beantworten kann. Was es dann meistens braucht, ist jemand, der das moderiert, ja, der die Fragen stellt, ja, und der die Antworten rauskitzelt. Ja, und die Bereitschaft tatsächlich darüber nachzudenken und am Unternehmen zu arbeiten und sich nur vom Tagestand aufressen zu lassen, weil das ist ja auch ein Riesenthema. Ja, ich habe keine Zeit, ne, du kennst ja den Spruch mit dem, oder diese Metapher mit dem Holzfäller, ne, genau, dem Holzfäller, der mit einer stumpfen Axt auf Bäume einprügelt und dann kommt ein Wanderer vorbei und sagt, so, hör mal, darf ich mal ganz kurz stören? Wie wäre es, wenn du mal deine Axt schärfst? Die ist ja total stumpf und dann sagt der Holzfäller, keine Zeit, ich muss Bäume fällen. Genau. Ja, das ist, ja, mein, aber das, das haben wir alle, ja, das ist, das Tagesgeschäft frisst einen auf, die Kunden, ne, die Kunden rufen dauernd an, die wollen, komm hier, komm hier, komm da und dann habe ich keine Zeit, mich um, ja, äh, mich selber zu kümmern, wobei ich immer sage, naja, wenn ich meine Organisation anpassen will und dabei immer die Kundenzufriedenheit im Blick habe, ja, was muss ich zukünftig anders machen, meine Kunden noch zufriedener zu haben? Wir alle kennen das, ich, äh, ich habe Ewigkeiten gebraucht, jemanden zu finden, der meine Badezimmer saniert, ja, keine Zeit, niemanden erreicht, keine Rückrufe, Angebote haben Wochen gedauert, ja, dann kam jemand vorbei, hat sich das alles angeguckt, hat mir nie ein Angebot geschickt, ne, also der Klassiker im Handwerk, ich such gerade wieder einen Malermeister, es war jemand da, der ist auch gut, den kenne ich, der hat schon für mich gearbeitet, der, der hat sich das alles angeguckt, hat gesagt, nächste Woche gibt es ein Angebot, das ist jetzt zwei Monate her, ja, der reagiert nicht auf meine Anrufe, ja, das ist gut, der hat wahrscheinlich zu viel zu tun, ja, aber den streiche ich aus meinem Adressbuch raus, den rufe ich nicht mehr an, Punkt, damit hat er einen zufriedenen Kunden verloren. Trotz der guten Leistung, wenn er mal zur Leistung kommt. Ja, genau, trotz der guten Leistung, wenn er denn bereit ist, die Leistung auch bei mir zu anwenden und irgendwann kommt wieder der Zeitpunkt, wo die Nachfrage geringer ist als das Angebot und dann werden die überleben, die es geschafft haben, ihre Kunden bei Laune zu halten. Klar, das ist dann die Marktbereinigung. Genau. Wo siehst du eigentlich derzeit Grenzen von diesen Standard-KI-Tools? Also was soll ich jetzt selbst hosten, nicht hosten, selber entwickeln, einfach nutzen, was da ist. Wie siehst du das? Also, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das kommt drauf an. Klassische Beraterantwort. Standard, selber entwickeln. Also, wenn ich auf meine Abläufe gucke, auf mein Unternehmen gucke, wird es Aufgabenstellungen geben, wo ich Standard-KI-Tools sinnvoll einsetzen soll, weil es gar keinen Sinn macht, die neu zu bauen, neu zu entwickeln, weil die kosten in der Regel dann auch nicht so viel, ja, um Social, gerade so im Marketingumfeld, die sind für kleines Geld zu haben, diese Tools, ja, und da, wo ich einfach eine Aufgabenstellung habe, zum Beispiel der Offboarding-Buddy, der Onboarding-Buddy, weil der funktioniert ja nur, wenn ich ihn auf mein Unternehmen, auf meine Prozesse, auf meine Organisation, auf meine Richtlinien und, und, und speziell trainiere. Und da muss ich mir natürlich überlegen, mit welcher Infrastruktur mache ich das, mit welchem Large-Mengage-Model mache ich das, ja. Gehe ich damit zu Microsoft in den Co-Pilot Azure rein oder gehe ich da zu Google Gemini oder, oder, oder. Das sind so Informationen oder beziehungsweise Entscheidungen, die ich treffen muss und ich muss einfach mal den Mut haben, es zu tun, ja. Und ich muss, und das ist natürlich auch eine Voraussetzung, Dinge, die nicht digitalisiert sind, da nützt mir KI nichts. Ja, also wenn ich alles nur im Kopf habe, habe ich ein Problem. Ich muss erst mal Informationen, Daten, ja, digitalisieren, Daten haben und auch gute Daten haben, ja. Ja, also ein schönes Beispiel ist, das kennen wir aus größeren Unternehmen alle, da gibt es eine ganz bestimmte Richtlinie für, ich sage mal, Einkauf. Ja. Die hat irgendwann mal jemand erstellt und hat sie verteilt. Ja. Der eine hat sie mit Richtlinie V01.xy auf seine Festplatte gelegt, hat da eine kleine Änderung vorgenommen, der dritte hat sie sich unter einem anderen Namen und dann gibt es auf einmal von diesem einen Dokument 20 Varianten, ja. Und die KI kennt alle diese 20 Varianten. Habe ich ein Problem. Und dann pickt die sich möglicherweise aus diesen Varianten und vermischt dann Dinge, die gar nicht so existent sind. Das heißt, ich brauche saubere, bereinigte Daten, ja, die nicht einen Kontext in N-Varianten zur Verfügung stellen. Ja. Da muss ich natürlich erst mal meine Hausaufgaben machen, denn, ne, shit in, shit out. Ja. Also da muss ich schon meine Hausaufgaben machen und das gilt natürlich für größere Unternehmen umso mehr, weil die ja dann extrem viele Daten haben, die sich dann auch teilweise widersprechen. Dokumente, die sich widersprechen und so weiter und so fort. Und das sind Themen, da muss ich wirklich, da muss ich vor dem Einsatz der KI immer bezogen auf die jeweilige Aufmerksamstellung meine Hausaufgaben machen. Das ist total spannend, weil gerade ja viele das Thema Digitalisierung ein bisschen zögerlich angegangen sind. Sie haben nicht so ganz die Rendite davon gesehen gehabt. Aber jetzt, glaube ich, kommt diese Dividende. Wenn ich das schon vorher erledigt habe, bin ich jetzt eben halt einen ganzen Schritt weiter, um solche neuen Technologien auch besser nutzen zu können. Ja. Als wenn ich jetzt eben den Urschleim aufräumen muss. Ja, definitiv. Und je weniger, je geringer der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens ist, umso geringer sind auch erstmal die Einsatzszenarien. Das bedeutet, also für KI, aber das bedeutet nicht, dass ich es dann sein lasse, sondern dass ich, kann ich ja als Treiber für die Digitalisierung nutzen. Und so sagen, ja, die Wertsteigerung, die Effizienzsteigerung, den Nutzen, die Wirksamkeit, die mir ein ganz spezieller KI-Tool oder eine KI-Experte bringt, rechtfertigt den Aufbau, den Aufwand in Digitalisierung aufräumen. Ja. Ist zwar erstmal eine Fleißarbeit, die auch wieder keiner gerne macht. Ja. Die Zeit kostet, die Nerven kostet, die aber sinnvoll sein kann. Wenn ich jetzt so eine KI für mich selbst entwickeln will, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da sowas wie einen KI-Baukasten oder muss ich da irgendwas programmieren oder reicht es dann, wenn ich einfach Dokumente irgendwo hochlade, dass ich das eigentlich so wie ich quasi halt einen Text selbst schreiben kann, sowas kann ich leisten. Braucht ihr jemanden, der da was wirklich codiert und programmiert? Muss man sich das vorstellen? Also wenn wir jetzt mal von einem Kassen-GPT sprechen, von einem speziell trainierten KI-Assistenten oder KI-Experten, je nachdem, wie du es nennen willst, brauchst du erstmal nicht programmieren. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Du musst verstehen, wie funktioniert eine KI überhaupt. Du musst schon ein bisschen verstanden haben, was ist ein Large Language Model. Wie funktionieren diese Large Language Models? Damit du in der Lage bist, diesen Custom-GPT über das Bereitstellen von Dokumenten und über das Definieren von Instruktionen zu trainieren. Also dieses Prompten. Diese Instruktionen sind Prinzip-System-Prompts, wo du nicht in jedem Chat-Dialog promptst, sondern wo du ganz bestimmte Prompts in Instruktionen hinterlegst, die immer gültig sind. Auf die du dann, in die du im Einzeldialog gar nicht mehr prompten musst, weil sie sind per Definition Teil des Trainings dieses Customs. Du musst gut prompten. Du musst, also jemand, der sich im Anforderungsmanagement, in Formulierungen von Fragen, in Formulierungen von Instruktionen gut auskennt, der ein Stück weit auch sich mit der Sprache gut auskennt, dem bringst du relativ schnell bei, wie sowas funktioniert. Also wir von der UNZ, wir bieten einen sogenannten KI-Kindergarten an. Das ist ein Prinzip, eine Art Experimentier- und Schulungsraum, wo wir unseren Kindergartenkindern, also Menschen, die sagen, ich möchte von euch an die Hand genommen werden, um zu lernen und zu verstehen, wie sowas geht. Dem erklären wir erstmal grundsätzlich, was ist überhaupt so ein Large-English-Model und wie funktioniert das. Und dann fangen wir an, ihnen zu zeigen und beizubringen, Custom-GPTs zu bauen. Helfen denen damit, nehmen die bei der Hand. Aber unser Ziel ist es, dass die relativ schnell verstanden haben, wie es geht, um es dann selber zu machen. Natürlich können wir auch die Dinger komplett bauen und uns nur Content tiefer lassen. Aber hier geht es ja um Befähigung. Genau. Und das ist, ich sage immer ganz bewusst, eigentlich müsste jedes Unternehmen, und wir haben ja vorhin über Experimentierraum, also unser KI-Kindergarten ist der Raum für Experimente, Dinge zu lernen, spielerisch zu lernen, auszuprobieren, Erkenntnisse zu sammeln und mit diesen Erkenntnissen dann in mein Unternehmen zu gehen und zu sagen, du Chef, ich weiß jetzt, wie es geht, guck mal, ich habe da mal ein Prototypen gebaut. Würde das Sinn machen, wenn wir da mal weiter ein bisschen Zeit investieren? Dann müssen wir uns natürlich, lieber Chef, Gedanken machen über eine eigene KI-Infrastruktur, ob wir Asia nutzen, Microsoft, Open AI oder was auch immer. Und das ist so eine Herangehensweise, Awareness, Bewusstsein, Verständnis für das Thema schaffen, Experimente machen, auszuprobieren, um dann bewusste Entscheidungen treffen zu können. Welche KI-Tool, welches Use Case ist sinnvoll für die Anwendung von KI? Jetzt hatten wir gerade dieses Thema, diese Custom-GPTs und dass ich das selber trainieren kann und so weiter. Das machen wir mal ganz konkret. Du hast vorhin das Beispiel gehabt, in meinem Schreinereibetrieb jetzt Angebote erstellen. Kann ich mir das dann vorstellen, dass ich, normalerweise macht man diese Angebote ja in irgendeiner Warenwirtschaft. Da haben die halt ihr Programm, ihr Schreinereiprogramm und dann schauen die sich einfach an, was haben die sonst so gemacht bei vergleichbaren Projekten halt und dann wird es aus Textbausteinen zusammengeklickt und am Ende quasi gibt es halt ein preisenden Angebot. Wie funktioniert jetzt der Einsatz von KI in so einem Fall? Also letztendlich habe ich ja immer noch mein Abrechnungsprogramm, wo ich irgendwie meine Positionstext zusammenbauen muss oder lasse ich mir dann immer meine Texte dann irgendwie gerade individuell beschreiben, weil sie sich einfach netter anhören. Also wo ist dann da der Mehrwert? Wie mache ich das? Oder lade ich meine Angebote als PDFs hoch und trainiere die KI, damit ich keine Position vergesse? Oder wie funktioniert das? Also es kommt natürlich jetzt, du hast schon richtig gesagt, wenn ich schon eine Software einsetze und meine Textbausteine, die immer passen, schon definiert habe, wird es natürlich schwierig. Ja, dann würde ich ja jetzt nicht hingehen und dieses Tool rausschmeißen, dieses ERP-System oder Warenwirtschaftssystem und das alles auf Basis von KI-Neubauen. Ja, aber ein anderes Beispiel. Ein Logistikdienstleister, der Transporte macht, ganz ganz normaler Transport, der bekommt von seinen Kunden täglich hunderte von Anrufen. Ich habe einen Transport von A nach B, kalkuliere mir mal einen Preis und schicke mir ein Angebot. Diese Gespräche nehmen Menschen heute an, die dann erst mal, ja, erst mal alle Informationen einsammeln, aufschreiben, händig, dann ihren Taschenrechner oder ihren Frachtkalkulator schmeißen, ein Angebot, einen Preis ermitteln, um sich dann an das System zu setzen und die Daten reinzutippen, damit dann im besten Fall aus dem System heraus eine Ebay mit einem verbindlichen Angebot rausgeht. Dann nutze ich das System eigentlich nur als Schreibmaschine. Weil die ganzen Entscheidungen, ist das überhaupt was, was für uns Sinn macht? Ist das eine Strecke oder sind das Produkte, die wir überhaupt fahren? Haben wir überhaupt die Kapazitäten? Haben wir noch einen LKW frei? Haben wir gerade eine Tour nach Spanien, wo wir die Ware mitnehmen können? Das sind alles Entscheidungen, die in der Regel bei einem kleinen, mittelständischen Spediteurunternehmen der Disponent trifft. Genau. Ja? Und ich würde dann gar nicht die KI einsetzen, um das Angebot zu schreiben, sondern ich würde die KI einsetzen, um das vorher alles zu treffen. Ja? Ja, dann passt es aber auch wieder für die Schreinerei. Weil welches, also als Spot zum Beispiel auf meiner Internetseite und da hat jemand halt ein bestimmtes Anliegen und dann kann ich ja in der Interaktion quasi herauskitzeln, was der eigentlich genau überhaupt will und dann aufbereitet die Ergebnisse dieses Gesprächs, dieses virtuellen Gesprächs, sag ich jetzt mal, dann tatsächlich dann dem Mitarbeiter zu geben, das Angebot. Ja, ich habe vielleicht ein Formular, ein strukturiertes Formular, wo die Anfrage übers Internet eingegeben wird oder ich habe einen Chatbot, der darauf trainiert ist, alle Informationen, die gebraucht werden, um ein Angebot zu generieren und überhaupt entscheiden zu können, ob die Anfrage überhaupt passt für das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens, schon in diesem Chatbot den Kunden zu sagen, ja, nee, das machen wir nicht. Ja? Oder das ist so eine spezielle Aufgabe und der Kollege, der das macht, ist über zwei Jahre ausgebucht, tut mir leid, ja? Das oder ein Anrufbeantworter, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, eine Festnetznummer anzurufen und dann hängt dann ein KI-Assistent dran. Das heißt, ich kann das über ein Online-Formular machen, ich kann das über ein Chatbot machen oder ich kann das über digitalen, KI-basierten Anrufbeantworter machen. Und der sammelt dann alle Informationen ein und der kann dann, wenn er es beigebracht bekommen hat, ja, der kann dann gucken, okay, das sind die Sinsleistungen, das sind die einzelnen Positionen und der kann dann schon alles zusammenstellen, kann auch kalkulieren und dann kommen wir zu dem Angebot und dann kann ich natürlich, aber das ist dann nicht mehr KI, sondern das ist kein KI in Kombination mit Automatisierungssoftware, mit Workflow-Engines, dann kann er die Ergebnisse nehmen, die KI-Assistenten Ergebnisse nehmen und über eine Schnittstelle, die natürlich dann programmiert werden muss, in das System reinkippen, um diesen ganzen Prozess voll zu automatisieren. Dann macht nicht alles KI, sondern ich habe ganz bestimmte KI-Assistenten die Aufgaben übergeben, ja, dann habe ich da drüber irgendeinen Workflow, ein Automatisierungs-Engine, die das alles gemeinsam orchestriert. Und so kann ich Dinge, die heute viel Zeit kosten, wo viel Fleißarbeit, menschliche Arbeit oder Zeit verschwendet wird, weil es nicht wirklich wertschöpfend ist, die kann ich durch KI schneller, effizienter und besser machen. Gibt es Punkte, die ich als Unternehmen beim Einsatz von KI vielleicht besser vermeiden sollte? Gibt es so typische Fehler aus deiner Erfahrung, wo du sagst, mach das lieber nicht, das hat sich nicht wirklich bewährt, auf was soll ich da eigentlich aufpassen? Also ganz, ganz wichtig ist, gerade so KI in der Kundenkommunikation, KI im Support, da gibt es auch gerade viele Artikel zu, möchte ich lieber als Kunde oder angehende Kunde von einem Menschen beraten werden oder von einem Chatbot? Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, lass mir die mit den Chatbots in Ruhe. Die gucken gar nicht auf meine Frage, sondern die geben vorgefertigte Antworten, in dem Zweifelsfall nichts mit meiner Frage zu tun haben. Heute gut gemachte KI-Chatbots sind in der Lage, auf mich einzugehen. Weil die interpretieren ja, die sind sogar in der Lage, aufgrund der Art und Weise, was ich schreibe und wie ich schreibe, meine Stimmung, die können rausbekommen, dass ich gerade stinksauer bin, weil ich eine entsprechende Sprache verwende im Schreiben oder im Sprechen. Die können zwar keine Emotionen, die KI hat selber keine Emotionen, aber sie können auf Emotionen, die in der Sprache drinstecken, durchaus reagieren. Ich kann der KI beibringen, unfreundlich zu sein oder ich kann der KI beibringen, freundlich zu sein. Und gut getrainierte Chatbots finde ich als Kunde dann viel spannender, weil die sind rund um die Uhr verfügbar. Da gibt es keine Warteschlangen, wo ich eine halbe Stunde in der Warteschleife hänge, um endlich mit einem Menschen, der irgendwo in der Welt, in einem Customer Center sitzt, sondern ich öffne den Bot, stelle eine Frage und kriege in einer Millisekunde meine Antwort. Und dann auch noch in der Sprache, die ich spreche. Genau. Ja, und dann macht es natürlich ganz viel Sinn, in der Kundenkommunikation dann auf einen direkten Kundenkontakt zu verzichten und lieber einen gut trainierten Chatbot. Das ist ja dann auch so ein Anwendungsfall zum Beispiel für meinen kleinen Mittelständler in seiner Schreinerei. Jetzt hat er ja vielleicht Mitarbeiter, die eben nicht Deutsch als Muttersprache haben, dass ich bestimmte Dinge, Dokumente oder Anweisungen auch einfach mal leicht übersetzen lasse und dann einfach die Sprachbarriere bestimmter abbaue. Oder Kunden, die nicht so gut Deutsch sprechen, um ihr Anliegen so zu kommunizieren, dass es jemand, der deutschsprachig ist und nicht Englisch kann oder nicht Französisch kann oder nicht Türkisch kann oder was auch immer, da kann ich auch Sprachbarrieren reduzieren. Und es gibt eine saubere, nicht durch Sprache und falschen, ne, falschen Verständnis generierte Missverständnisse aufdeckt. Genau. Also so eine Art Simultane, das hättest du ja schon fast, ne? Ja, ja. Also das habe ich, ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich in Workshops, in Online-Workshops drin bin und dann müssen die Dokumente, die Ergebnisse in Englisch, ne, die, die Workshops finden in Deutsch statt, aber die Formulierungen und das, was dokumentiert wird, muss alles Englisch sein, dafür habe ich immer meine KI auf. Ja. Weil die kann das besser übersetzen als ich und in jede Sprache, die ich brauche. So als Ausblick, Zukunft, wo geht die Reise hin? An was wird eigentlich gerade intensiv gearbeitet, von dem wir vielleicht als breite Masse doch nichts wissen oder nichts ahnen? Wo bewegt sich dieses Thema KI eigentlich hin? Mhm. Also, ähm, das, was, was so, äh, da draußen passiert im Bereich Forschung, also zum Ersten gibt es ganz viele Forschungsprojekte, äh, die sich darauf fokussieren, dass KI noch besser wird, äh, im menschlichen Verständnis. Also den Mensch zu verstehen, Emotionen noch besser zu verstehen. Das ist das eine, ja. Also das ist ja so diese Zukunftsvision, ne, dass die KI dann auch wirklich menschliches Verständnis Verhalten imitieren kann. Ob wir das alle so wollen und ob das, wo das hingeht, keine Ahnung, ja. Ich will das nicht bewerten, sondern dann gibt es ein ganz anderes, großes, äh, das kennen wir alle, autonomes Fahren. Ich meine, das geht nur dank KI. Ja, die Interpretation, ne, Verhaltensmuster zu interpretieren und daraus Entscheidungen und zwar nicht, äh, in Form von 20 Foliensätzen, die man im Vorstand vorliegt, sondern, zack, sofort Entscheidungen. Ich hab da ein schönes Beispiel, ähm, es gibt in Deutschland ja ganz viele, ähm, Schwimmbäder, Hallenbäder, die zumachen müssen, weil sie keine Baderweister mehr finden. Ja. Die geschlossen werden, weil man einfach kein Personal mehr findet. Mhm. In anderen Ländern, nicht Deutschland, weil wir sind natürlich, manchmal ja auch zu Recht, so was Datenschutz angeht, so ein bisschen übersensibel, ja, ähm, in anderen Ländern gibt es, äh, KI-basierte Lösungen, wo, äh, eine KI hilft, den Job vom Bademeister zu unterstützen. Wo ich früher in einem Schwimmbad vier Bademeister gebraucht habe, die alles im Blick haben müssen, habe ich heute einen Bademeister oder zwei Bademeister, äh, und habe Kameras, ja, und dahinter hängt eine KI und die ist darauf trainiert worden, äh, Bewegungsmuster von Schwimmenden zu erkennen und zu erkennen, wenn die gerade in einer Krisensituation sind. Okay. Ja, und die verarbeiten das in Echtzeit. Und wenn sie so ein Muster erkennen, wo sie glauben, da hat, da ist jemand, hat Probleme, ein Krampf und, keine Ahnung, und Hilfe und Gott weiß was, äh, dann geht an eine Smartwatch, an ein Smartphone oder aufs Ohr, äh, von dem Bademeister, äh, guck mal bitte in diesen Quadranten, guck mal nach rechts, äh, siehst du den kleinen Jungen da? Äh, ich glaube, der hat ein Problem. Und das ist jetzt kein Science-Fiction, das sind echte Lösungen, die in anderen Ländern zur Anwendung kommen. wenn du damit, äh, ich sag mal, in der Stadt Bergisch Gladbach kommen würdest und sagen würdest, dieser, um Gottes Willen, Datenschutz und, ne, Gesichtserkennung, ja, ist alles nicht, nicht ganz verkehrt, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da wird's hingehen. Ja? Ähm, und die, 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 das Thema, wenn wir von autonomem Fahren reden, dann haben wir ja die Situation, ähm, Sensoren erkennen Dinge und im Hintergrund laufen Entscheidungsprozesse, die dann wiederum Aktivitäten auslösen, zum Beispiel Vollbremsung oder korrigieren, ja, äh, der Lenkbewegung. Das macht dann kein Mensch, das macht eine KI. Und das wird dann auch später ein Stück weit in Richtung Automatisierung von Prozessen gehen. Ja. Dass ich nicht mehr kleinteilig einer Workflow-Engine sagen muss, ja, das macht man ja heute, wenn ich eine Automatisierung mache, dann definiere ich jeden Schritt vor und sage der Engine genau, was er an der Stelle, der Stelle zu tun hat. Und dann kann die auch nur das und kann auch nur diese Variante und reagiert nicht selbstständig und autonom auf Veränderungen im Umfeld. Und das wird in Zukunft, sowas nennt man dann, oder die, die Branchen nennt das, ähm, ja, der Automatisierung durch KI-Agenten. Das heißt, ich, die, der Workflow wird KI-gesteuert gemacht. Er ist nicht immer der gleiche Standard, sondern der Workflow wird jedes Mal neu justiert. Also, das ist wie autonomes Fahren, aber im Kontext von Automatisierung von Business-Prozessen. Da ist die Technologie noch nicht so weit, aber da gibt es einige Anbieter, die in diese Richtung sehr massiv ihre Software entwickeln. Ja, das, äh, triggert mich tatsächlich auch für den ganz konkreten Anwendungsfall, den wir hatten, wo es Material verarbeitet wird, in der Maschine zum Beispiel, und dann eben durch die KI abhängig von der Umgebungstemperatur, von Feuchtigkeit, von ähnlichen Dingen, die verarbeitende Maschine individuell eingestellt wird. Was jetzt quasi das, das reine Erfahrungswissen von einem Maschinenführer ist, einfach unterstützt wird durch eine KI und sagt, ich würde das so einstellen, damit du dein Rohmaterial bestmöglich verarbeiten kannst. Definitiv, und ich meine, es gibt ja Branchen, die ja schon deutlich weiter sind, ja, in der Medizin. Die Medizin setzt KI-basierte Systeme ja schon ein bisschen länger ein, ja, weil das sind dann eher Machine Learning, ja, und nicht diese Transformer-Modelle, wie die Large-English-Modelle, sondern Machine Learning. Die interpretieren Röntgenbilder, die interpretieren Videoaufzeichnungen, das kannst du in der Qualitätssicherung einer Produktionsstraße einsetzen, oder einsetzen mit einem Foto von einem Leberfleck, ja, und die KI kann erkennen, ob das gutartig oder bösartig ist, ja, und diese Use Cases zu transformieren, ja, in die Unternehmenswelt, das wird noch ganz spannend. Das glaube ich auch, dass es noch ganz spannend wird und ich glaube, das wird sicherlich in den nächsten 15 Jahren noch ganz große Umwälzungen in dem Bereich geben. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Sven, für die super Einblicke. Vielen Dank dafür und wie gesagt, ich glaube, wir bleiben da im Kontakt. Das sollten wir auf jeden Fall und nochmal vielen Dank für die Einladung, hat es viel Spaß gemacht und ich bin dann schon auf das Ergebnis gespannt und auf die weiteren Videocasts, die du veröffentlichen wirst. Wo noch viele weitere Folgen werden. Tschüss. Bis dann. Ciao. Welchen zentralen Impuls aus diesem tollen Gespräch konnten Sie für sich mitnehmen? Ich bin sehr gespannt. Schreiben Sie mir doch Ihre Antwort in die Kommentare, damit wir gleich im Nachgang zu dem tollen Video auch gemeinsam als Community eine Diskussion starten können. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Bis zum nächsten Mal.